Wir fangen hier jetzt an mit Grundlagenüberlegungen für unseren Ergonomieansatz. Ich habe ja in den Einführungsvideos euch erläutert, dass wir sowas ähnliches suchen wie Medizinwissen. Also sowas wie ein eigenes zusätzliches Wissen, eine zusätzliche eigene Grundlage, die wir brauchen, um hinterher sowas wie Diagnosen stellen zu können, wenn man so will. Was aber nicht nur heißt, dass wir sagen können, etwas ist gut oder schlecht, sondern auch, dass wir ein Gestaltungswissen haben, dass wir also wissen, was wir tun müssen, wenn wir gestalten. Welche Faktoren da so zu beachten sind, woran das alles auch liegt. Und dafür brauchen wir jetzt hier die Grundlagen, die wir jetzt in diesem Video und in den folgenden uns erarbeiten werden. Es kann da, das kenne ich aus eigener Erfahrung und auch aus den Rückmeldungen der letzten Jahre, manchmal so ein bisschen so sein, dass man so denkt, was hat denn das jetzt mit Computern zu tun? Ich bitte euch dann ein bisschen um Geduld. Wir fügen das alles hinterher wieder zusammen und wir werden uns im Laufe der Vorlesung, Vorlesung im Laufe des Semesters auch häufig genug zurückbeziehen auf das, was jetzt in dieser Woche und in den nächsten Wochen besprochen werden wird. Wir fangen an mit dem Kapitel Differenzerfahrung und Artefakte. Erster Teil, erstes Video geht um die Differenzerfahrung. Ja, was ist denn das eigentlich, Differenzerfahrung? Worum geht es jetzt hier? Es geht darum, wie man als Mensch in der Umwelt denkt und wie man sich als Mensch in der Umwelt verhält. Wir können diese ganz basale Frage hier mal stellen, welche Körperteile brauchen wir zum Denken? Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ich das so frage, dann wird wahrscheinlich die ganz naheliegende Antwort, das Gehirn, nicht richtig sein. Doch, natürlich ist die richtig. Also wir brauchen schon ein Gehirn, um zu denken. Vielleicht kann man auch ohne Gehirne denken, aber zumindest wir Menschen brauchen das Gehirn, um zu denken. Ohne das Gehirn geht es natürlich nicht. Aber das Gehirn alleine reicht nicht zum Denken. Wieso reicht das Gehirn alleine nicht zum Denken? Da kann man sich ein paar interessante Aussagen aus der Literatur zu angucken, die auch alle nicht ganz neu sind. Zum Beispiel hier von Ludwig Wittgenstein aus seinen philosophischen Untersuchungen von 1953. Das ist der Wittgenstein II, wenn man so will. Also Ludwig Wittgenstein hat zwei große Werke gemacht. Sein Traktatus und dann viel später die philosophischen Untersuchungen. Die sind vom Stil her und auch teils von der Aussage her ganz unterschiedlich. Für uns interessant ist jetzt dieses hier in den philosophischen Untersuchungen, weil es da so viele Überlegungen dazu gibt, wie man denken kann, was Worte bedeuten, all solche Dinge, da geht es bei ihm so drum. Ja, was hat er für eine Frage sich gestellt? Er hat das immer in so kurzen Abschnitten aufgeschrieben. Brauchen wir uns nicht ganz durchzulesen, sondern gucken uns mal diesen Teil da an, der in der Mitte, also der zweite eingerückte Bereich hier drin. Szenario stellen wir uns mal vor. Es geht darum, wann fährt eigentlich mein Zug. Ich möchte wissen, wann ich mit meinem Zug irgendwo hinfahren kann. Und jetzt machen wir mal die vereinfachte Annahme, dass wenn in einem Fahrplan drin steht, dass ein Zug zu einer bestimmten Zeit fährt, der auch tatsächlich zu dieser Zeit fährt. Also nicht deutsche Bahn oder so, sondern wir gehen von so einem idealen Bahnsystem aus. Zu dem Zeitpunkt, wo ein Zug im Fahrplan steht, geht auch ein Zug an dieses Ziel. Jetzt haben wir eine Person, die weiß nicht mehr, wann ihr Zug ging, hat es nicht mehr parat oder ist sich nicht mehr sicher. Und die fragt sich jetzt, wie kann ich herausfinden, wann mein Zug geht? Klar, sie kann in den Fahrplan hineingucken. In den Fahrplan hineingucken ist das, wo Wittgenstein zu sagt, an eine unabhängige Stelle appellieren. Eine komische Ausdrucksweise. Also man zieht etwas unabhängig von einem unabhängig heran und kann damit dann sich überprüfen, ob das, was man sich überlegt hat, ob das denn wohl den Tatsachen entspricht. Jetzt ist die Frage, die er sich stellt, kann ich mir nicht auch den Fahrplan in Erinnerung rufen im Kopf und dann gegen diesen Fahrplan, den ich im Kopf habe, überprüfen? Und dann sagt er, nein, das geht nicht. Denn wenn schon die Überlegung, wann der Zug fährt, unklar ist, weil ich mir nicht sicher sein kann, dann kann ich mir auch über das, was ich mir vorstelle, nicht sicher sein. Denn das, was ich mir vorstelle, ist ja nicht unabhängig von mir. Das heißt, das kann ja genauso falsch geworden sein und gefälscht worden sein. Ich muss an etwas Unabhängiges appellieren können, an etwas, was außen liegt, appellieren können. Ihr habt hier auch diesen schönen Vergleich. Das wäre ja so, sonst, als würde ich mir mehrere Exemplare der gleichen Zeitung kaufen, um mit dem zweiten Exemplar zu überprüfen, ob das, was im ersten Exemplar drin steht, stimmt. Das geht ja nicht. Also logischerweise kann ich nicht nur einfach durch meine Vorstellung, dadurch, dass ich mit meiner Vorstellung etwas abgleichen will, herausfinden, ob etwas stimmt oder ob etwas nicht stimmt. Ähnlich formuliert hat es J.J. Gibson, ein Anthropologe, der was über den ökologischen Ansatz der visuellen Wahrnehmung geschrieben hat. Und der sagt, ja, der fragt, kann ich denn nur durch reines Überlegen über etwas mehr herausfinden? Und er sagt, nein. Der beste Entscheidungstest für Realität besteht darin, ob man durch den Akt der genaueren Untersuchung neue Merkmale und Details entdecken kann. Nur eingebildetes Prüfen eines vorhergestellten Inhalts kann diesen Test nicht bestehen. Also wenn ich mir nur einbilde, zum Beispiel, wie die Golden Gate Bridge aussieht, dann kann ich nicht durch dieses Erkunden dieser Einbildung mehr über die Golden Gate Bridge herausfinden. Das kann nicht funktionieren. Ich brauche etwas tatsächlich Wahrgenommenes, um das zu haben. Man kann das verallgemeinern. Man kann dann sagen, ja, herausfinden über die Welt kann ich nur etwas durch eine Kopplung von Wahrnehmung und Handlung in der Welt. Und daher haben wir diesen Spruch, der sehr zentral ist, den man sich merken sollte. Das Denken findet nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Das heißt, nicht im Kopf im Sinne von nur im Gehirn, sondern mit dem Kopf. Also vor allen Dingen mit den Augen, mit der Nase. Naja, und eigentlich könnte man sogar noch sagen, eigentlich findet das Denken mit dem ganzen Körper statt, dadurch, dass ich mich auch verhalten muss in der Umwelt. Da sehen wir gleich Beispiele zu. Jetzt führen wir einen wichtigen Begriff ein. Der Begriff heißt Differenzerfahrung. Was ist das, dieses Differenzerfahrung? Kommen wir nochmal zurück auf die Sache mit dem Zug. Ich bilde mir ein, dass um 15 Uhr ein Zug nach Bielefeld fährt. Und ja, jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Und was mache ich? Ich gucke in den Fahrplan und kann dann an dem Fahrplan feststellen, ob er dann fährt, also sowohl positiv als auch negativ. Ich kann Zustimmung von dem Fahrplan erhalten in gewisser Weise. Also ich kann positiv überrascht sein, dass er tatsächlich dann fährt, oder ich kann negativ überrascht sein. Beides nennen wir Differenzerfahrung. Also Differenzerfahrung ist das Abgleichen einer Vorstellung mit der Wirklichkeit. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und Voraussetzung dafür ist immer, dass ich etwas wahrnehmen kann, was von meiner Vorstellung unabhängig ist. Also nicht etwas, was ich mir selber gerade ausdenke. Das kann nicht Gegenstand von Differenzerfahrung sein. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen das durch und überlegen uns mal, was für Möglichkeiten der Differenzerfahrung es denn eigentlich gibt, was man denn eigentlich so alles machen kann, um Differenzerfahrung kriegen zu können. Und das Wichtigste ist, naja, um überhaupt Differenzerfahrung machen zu können, ist, ich muss überhaupt etwas wahrnehmen können. Das heißt, ich muss etwas in den Wahrnehmungsbereich bringen können. Das bedeutet, dass ich meistens entweder mich bewegen muss oder einen Gegenstand bewegen muss. Ich muss also, damit ihr jetzt zum Beispiel auch wissen könnt, welche Farbe meine Kaffeetasse hat, naja, dann muss die Kaffeetasse in den Wahrnehmungsbereich hineingebracht werden. Oder ihr müsstet euch bewegen, was jetzt nicht geht, da die Perspektive ja hier technisch vorgegeben ist. Das nennen wir Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist auch notwendig, naja, um zum Beispiel Dinge zu sehen, die sich aus der aktuellen Perspektive einem erziehen, obwohl man sie grundsätzlich sieht. Gucken wir uns hier dieses Beispiel an. Hier ist ein Teller abgebildet. Jetzt kann ich mich ja fragen, ist dieser Teller eigentlich rund? Oder ist der so ellipsenförmig? Es gibt ja ellipsenförmige Teller. Ist das ein runder Teller oder ein ellipsenförmiger Teller? Das ist so schwer festzustellen, allein aus dieser einen Perspektive. Das heißt, ich muss meine Perspektive zum Teller ändern oder ich muss den Teller hochnehmen und kippen. Also die Relation zu mir muss sich ändern. Ist der Teller auf der Unterseite weiß, auch dann muss ich die Position zum Teller ändern. Durch eine Perspektivänderung meiner selbst werde ich das nicht herausfinden, weil ich mich ja nicht in den Tisch hineinbegeben kann. Also werde ich in diesem Fall den Teller hochnehmen müssen, um auf die Rückseite zu gucken. Das ist die allereinfachste Form von Differenzerfahrung, die man eigentlich so haben kann, der Perspektivwechsel. Ihr merkt übrigens jetzt schon, und das wird uns jetzt in vielen der weiteren Vorlesungen auch so gehen, Wenn ich Wahrnehmung sage, dann meine ich fast immer das Sehen. Ich meine immer eine Sichtwahrnehmung. Das hat natürlich so ein bisschen damit zu tun, dass wir hier hinterher über die Gestaltung von Nutzungsschnittstellen sprechen und da vor allen Dingen der Sehsinn eine sehr große Wichtigkeit hat. Der Gehörsinn manchmal auch noch, aber eher selten und die anderen Sinne kommen eigentlich nicht vor. Also Geschmackskomputer und Fühlcomputer kommen ja relativ selten vor, wenn man vielleicht mal von Vibrationen bei so einem Handy absehen möchte. Gehen wir mal zurück, wie können wir Differenzerfahrung noch machen? Perspektivwechsel hatte ich angesprochen. Wichtig für Differenzerfahrung ist, dass es eine persistente Sichtbarkeit von etwas gibt. Was heißt persistent? Persistent heißt immer, etwas ist bleibend, dauerhaft sichtbar. Und wenn ich etwas nicht dauerhaft im Wahrnehmungsfeld habe, dann ist es mit der Differenzerfahrung häufig sehr schwierig. Das kann man sich schön an diesem Beispiel hier mal klar machen. Das ist ein Beispiel aus dem Buch von Georges Ifra, eine Universalgeschichte der Zahl heißt es. Da geht es darum, wie die Zahl und das Zählen eigentlich in die Welt gekommen ist. Und er sagt auch, um zählen zu können, ist es notwendig, dass man die Dinge bedenken kann und dass sie dafür im Wahrnehmungsfeld verbleiben. Und wir können uns das jetzt hier aber gut vorstellen. Da jetzt auf der rechten Seite, wo so viel weiße Fläche ist, da erscheint jetzt immer gleich kurzfristig, also ganz kurz nur, ein Bild mit verschiedensten Objekten drauf. Und ich kann euch jetzt fragen, wie viele Objekte von einer bestimmten Sorte sind das? Und dann werdet ihr etwas feststellen. Jetzt frage ich mal, wie viele Pyramiden seht ihr? Ja, die meisten von euch haben bestimmt drei Pyramiden gerade gesehen. Das ist relativ einfach festzustellen, obwohl man das nur so kurz gesehen hat. Wie viele Bäume sind hier zu sehen? Das ist auch relativ einfach festzustellen. Wie viele Bäume sind es gewesen? Vier Stück. Ja, und wie viele Gesichter? Da ist so ein Feld, da sind ganz viele Gesichter drauf. Wie viele sind das denn? Ja, hat es jemand? Keine Chance, ne? Kann man nicht feststellen. Wenn wir das jetzt uns dauerhaft darstellen, dann können wir feststellen, dass es zehn Gesichter sind. Zumindest habe ich mir das eben einmal aufgeschrieben. Ich zähle mal ja am Bildschirm nochmal einmal selber nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück tatsächlich. Aber das, was ich jetzt gerade gemacht habe, am Bildschirm so abgezählt, man könnte es ja auch durchstreichen, würde man vielleicht auf Papier machen. Das ist schon notwendig bei dieser großen Anzahl von Elementen und dass sie dauerhaft im Sichtfeld sind. Ansonsten ist das schwer festzustellen. Man kann so allgemein sagen, Elemente bis vier erkennt man noch relativ gut, wenn sie einigermaßen nah beieinander stehen, auf den ersten Blick. Aber alles, was darüber geht, benötigt ein Zählen. Wie kommt es beim Würfel? Würfel gehen ja bis sechs. Wieso kann ich beim Würfel bis sechs ohne weiteres auf einen Blick das erkennen? Weil die Anordnung standardisiert ist. Also, wenn die sechs Punkte durcheinander auf der Würfeloberfläche wären, hätten wir auch Schwierigkeiten damit. Aber dadurch, dass wir diese typische Anordnung haben, diese drei, 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 drei Anordnung haben, ist es relativ einfach, die sechs zu erkennen, weil wir das Zeichen sechs als solches erkennen. Es braucht also eine persistente Sichtbarkeit. Etwas darf nicht nur kurz erscheinen, sondern es muss dauerhaft sichtbar sein, damit es überhaupt dieser Differenzerfahrung zugänglich ist. Und ich habe auch gerade schon mal gesagt, die Sachen müssen einigermaßen nah beieinander stehen. Wenn sie nicht nah beieinander stehen, dann wird es viel schwieriger und da sind auch vor allen Dingen Vergleiche schwierig. Und in die Richtung geht der zweite Punkt, nämlich die zweite Methode, um Differenzerfahrung machen zu können, das Arrangieren von Objekten. Auch hier können wir uns ein schönes Beispiel angucken. Das habe ich vor ein paar Jahren mal bei mir im Büro fotografiert. Ihr seht hier zwei Stifte. Wenn ich euch jetzt frage, welcher Stift ist dicker, habt ihr wahrscheinlich keine Schwierigkeiten zu erkennen, dass der untere Stift dicker ist als der obere Stift. Wenn ich euch aber frage, welcher dieser beiden Stifte ist eigentlich länger, dann fällt euch das schwer, das festzustellen. Und allein dadurch, dass ich meine Perspektive zu den Stiften ändere, wird es auch schwierig, einfach aufgrund der Lage der Stifte zueinander. Also es ist schon schwierig, überhaupt so auf den Tisch zu gucken, dass ich die Stifte wirklich gleichzeitig sehe. Und dann liegen sie auch noch in so einem Winkel so ungeschickt zueinander, dass ich das nicht feststellen kann. Aber durch Arrangieren, durch einfaches Zueinander arrangieren, kann ich ganz leicht feststellen, welcher dieser beiden Stifte eigentlich der längere und welcher eigentlich der kürzere ist. Arrangieren ist also auch so eine Methode, um im Wahrnehmungsfeld eine Situation zu schaffen, in der Differenzerfahrung überhaupt möglich ist. Dieses Arrangieren ist immens wichtig. Zum Beispiel auch in ganz vielen Bereichen der Mathematik. Die basieren eigentlich darauf, dass ich arrangieren kann. Geometrie zum Beispiel. Ich habe hier dieses Parallelogramm und möchte wissen, wie groß ist denn der Flächeninhalt dieses Parallelogramms. Und das kann ich dadurch machen, dass ich dieses Problem auf ein Problem reduziere, das ich schon kenne. Und um das tun zu können, muss ich hier arrangieren. Ich muss auf der rechten Seite ein Stückchen abschneiden. Das habe ich jetzt hier mal durch diese farbliche Markierung dargestellt. Und jetzt als nächstes muss ich arrangieren und muss sagen, aha, diesen Teil, den ich hier abgeschnitten habe, den arrangiere ich hier herüber. Und jetzt habe ich das Problem verändert. Und jetzt kann ich relativ einfach ausrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 3, also 18, was auch immer die Einheit ist, ist dieser Flächeninhalt an dieser Stelle. Das geht durch reines Arrangieren. Auch im typischen Rechnen mit Zahlen kann man mit Arrangieren viel anfangen. Zum Beispiel die Aufgabe, man soll die Zahlen addieren, die ersten n natürlichen Zahlen. Das ist ja dieses typische Gauss-Beispiel, wo der Herr Gauss, der früher auf den 10-Mark-Scheinen auch drauf war, das ist der mit der Gauss-Verteilung, mit der Kurve, angeblich als Schüler schon auf eine Formel gekommen wäre, um die ersten Zahlen zu addieren, als er eine Beschäftigungsaufgabe oder Strafaufgabe machen musste, wo man ihm gesagt hat, addiere mal die Zahlen bis 100 und er war ganz schnell damit fertig. Gut, das hat er vielleicht sogar im Kopf gemacht, vielleicht hat er es auch gar nicht gemacht, das ist ja immer nur eine Sache mit solchen Geschichten. Aber wie kommt man drauf, wie man das schnell machen kann? Da gibt es ja eine Formel für. Und da kann man über Arrangieren drauf kommen. Gucken wir uns mal die zwei Zahlen, die zwei Beispiele an. Auf der linken Seite ist es für n gleich 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Jetzt kann ich umorientieren, also umsortieren, arrangieren und mache das mal so, dass ich die Zahlen so umsortiere, dass ich, wenn ich da jetzt einen Strich drunter schreibe, 7 plus 7 plus 7 rechne und ich komme auf 21. Auf der rechten Seite geht das relativ ähnlich, nur dass uns eine Zahl fehlt, aber grundsätzlich kann ich das ja trotzdem mal versuchen. Also ich mache das dann einfach so und rechne dann 6 plus 6 plus 3 gleich 15. Das kann ich jetzt mal schematisch machen für verschiedene Zahlen und kann immer feststellen, das geht ja immer auf die gleiche Art und Weise. Und dann kann ich das abstrahieren und kann sagen, gut, wie hoch ist denn eigentlich die Anzahl der Umsortierungen auf der linken Seite gewesen? Das ist n halbe, also 3 in diesem Fall. Wie ist die Summe dieser ganzen Additionen? Die ist jeweils 7. 7 ist immer n plus 1. Also kann man bei anderen Zahlen ausprobieren. Sieht man, da ist ja immer n plus 1, dann habe ich da 7. Das heißt, ich kann 3 mal 7 gleich 21 rechnen. Also als Formel ausgedrückt n halbe mal n plus 1. Das ist die Formel. Auf der rechten Seite gestaltete sich ein bisschen komplizierter. Da sind es n minus 1 halbe Umsortierungen gewesen. Die Paare sind n plus 1, zumindest da, wo es Paare gibt. Und dann bleibt ein Rest von n plus 1 halbe übrig. Und jetzt kann man ein bisschen hin und her rechnen, muss man ein bisschen umformen. Dann komme ich aber auf die gleiche Formulierung, auf die gleiche Formel. Hier gerade nur andersrum aufgeschrieben. n plus 1 mal n halbe. So kann ich auf diese Art und Weise auf Grundlage von arrangieren und das dann schematisch mehrfach machen, auf Mathematik kommen, auf so eine formalisierte Mathematik. Es gibt noch eine andere Möglichkeit übrigens, wie ich das machen kann. Ich könnte es auch über Flächen machen. Links nochmal dieses Umsortieren, wie wir das gerade ja gesehen haben. Und auf der rechten Seite geht das relativ ähnlich. Hier habe ich auch wieder die Zahlen von 1 bis 6. Und ich habe die mal so als Längen dargestellt. Ja, und was mache ich? Ich füge die einfach nochmal hinzu. So. Ja, was habe ich jetzt? Naja, jetzt habe ich oben n Seiten. Also n Elemente sind es ja. Also ist das n breit. Und wie hoch ist es? Es ist n plus 1 hoch. Das sieht man schön am letzten und am ersten. Das ist ja immer das n und das 1. Also habe ich hier einen Flächeninhalt von n mal n plus 1. Aber ich habe ja alles doppelt gezählt, also muss ich das noch durch zwei teilen. Also n mal n plus 1 halbe oder n halbe mal n plus 1 gleich 21. Habe ich das gleiche mir hergeleitet und das wieder durch Arrangieren. Arrangieren ist hier die Methode gewesen, um zu einer Erkenntnis zu kommen, also auch letztendlich um Differenzerfahrung machen zu können. Noch ein Bereich der Differenzerfahrung durch Arrangieren und einer, der insofern interessant ist, als dass er uns in zwei Wochen nochmal wieder begegnen wird. Nämlich was wir hier sehen, ist eine optische Täuschung, die sogenannte Müller-Leier-Täuschung. Die ist euch garantiert irgendwann ja schon mal untergekommen, dass man jetzt hier den Eindruck hat, die obere blaue Linie ist erheblich größer als die untere blaue Linie. Das ist eine optische Täuschung. Wie können wir uns vergewissern, dass diese optische Täuschung eine Täuschung ist, dass es nicht tatsächlich so ist? Durch Arrangieren. Ich kann den unteren Teil vielleicht mir mal nehmen, schnappe mir den und schiebe den so nach oben. Und wenn ich das mache, dann sehe ich tatsächlich, die sind ja gleich lang. Das Interessante an dieser Stelle ist übrigens, und da kommen wir wie gesagt in zwei Wochen drauf zu sprechen, dass die Täuschung dadurch nicht verloren geht. Das heißt, wenn ich das wieder zurückschiebe, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann ist die ganze Täuschung wieder da. Das heißt, selbst obwohl wir die Differenzerfahrung gemacht haben und festgestellt haben, nein, merke, sie sind beide gleich lang, diese Linien, tritt das wieder auf. Warum das so ist, vielleicht, oder das ist eine Hypothese, warum das so sein könnte, besprechen wir in zwei Wochen. Ja, Arrangieren als Mittel zur Differenzerfahrung war das Zweite, was wir jetzt besprochen haben. Das sind beides Methoden, die sind ziemlich passiv. Also ich habe in der Umwelt eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe die Umwelt so gelassen, wie sie ist. Ich habe höchstens mal irgendwie was im Raum hin und her geschoben oder vielleicht mal irgendwo drunter geguckt. Aber ich habe mir noch keine wirklichen Hilfsmittel genommen, um Differenzerfahrung zu machen. Und das ist natürlich in ganz vielen Situationen notwendig. Ich muss häufig richtig im größeren Stile handeln in der Umwelt, um Differenzerfahrung machen zu können. Das kann alles Mögliche bedeuten. Zum Beispiel, wie es hier gleich als erstes steht, ich könnte die Giftigkeit einer Pflanze natürlich dadurch herausfinden, dass ich sie mal esse und gucke, ob ich überlebe. Das ist aber nicht das, was uns jetzt sehr interessiert und auch nicht das, wo ich euch bitten möchte, das zu Hause zu machen, sondern es geht uns um den unteren Teil. Artefakte. Es geht uns um Artefakte als Mittel der Differenzerfahrung. Aber was Artefakte eigentlich sind, das müssen wir uns erst mal ganz genau anschauen. Und das passiert im nächsten Video.